Du meinst in der Moschee? Hab ich doch drüber geredet. Okay, okay, islamisch gesehen. Weil du bist Moslem. Darf man einen Freund vom Moschee schauen? Von Moschee? Niemand. Egal was er gemacht hat, abgesehen davon, egal was diese Person gemacht hat. Weißt du was du redest? Du verwendest gerade meine Wörter, die ich ihnen gesagt habe. Du bist, guck mal, du hast gar keine Ahnung davon. Das lassen wir zur Seite. Nein, nein. In Hamburg? Wollah, ein Ei war das. Wo warst du denn? Warum hast du nicht geholfen? Du Mann. Keiner kann deine Eier an was. Weil ich Stress mit Atlantik-Satelliten. Keiner kann deine Eier an was. Warum hast du dir nicht geholfen? Atlantik-Satelliten. Du hast meine Eier an was. Genau. Warum hast du dir nicht geholfen? Weißt du warum du sagst, keiner kann deine Eier an was? Warum? Weil du keine Eier hast. Wallah, du hast keine Eier. Wallah, die sind so dick, wie deren Köpfe, die mir was wollen. Wallah, so dick wie deren Köpfe. Wie dein Kopf. Oder wie? Egal. Alles gut. Wie was? Erzähl. Frag dich selber. Gib dir mal einen Nackenklatscher. Nein, 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 muss ich nicht. Muss ich nicht. Wallah. Deswegen. Also wenn Yasser dabei ist, Wallah, ich kämpfe. Wallah. Aber ich dachte, du hast Angst. Was? Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde diese Dings stürmen. Mit alle meine Leute. Mit Manu Elsen und mit Zello Abi und mit allem. Ich werde alle, ich werde stürmen. Wallah. Mit alle meine Leute. Mit Yasser, mit Yasser, mit Yasser. Ich sag dir was. Bachello, jeder darf kommen, wenn er Eintritt zahlt. Was hältst du denn davon? Jeder. Also willst du Eintritt, dass Imran Abi auch meine Eintritt zahlt oder was? Das sind doch Freunde, Brüder. Müssen du auch Eintritt zahlen? Ist das nicht Eintritt? Imran ist mein Bruder. Imran ist mein Bruder. Ach man. Guck mal, Bachello, Bachello. 30 Euro mehr was? Wegen Hamid, das Hype. Warum haben wir 50-50? Das ist doch nicht von Hamid. Wallah. Ich schwöre, das ist Hälfte-Hälfte. Ihr beide teilt das Ge- Arafat, bitte, ich küss dein Herz, bitte. Ich schwöre. Wallahi, Wallahi. In Düsseldorf, ich habe nicht 1 Cent bekommen. Du hast 10.000 bekommen. Wo hab ich denn? Du hast 10.000 Euro bekommen in Düsseldorf. Du. Ich habe nicht 1 Cent bekommen. Weder von dir noch von... Wem hab ich 10.000 bekommen? Von Hamid. Ey? Du hast um nicht gekämpft. Ach so, meine Frage. Zurück. Warte, warte mal. Ganz kurz, ganz kurz. Aber was hast du dafür gemacht? Ist 10.000 viel? Nein. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Natürlich bekomme ich mein Geld. Das ist meine Gage. Bist du krank? Willst du auch diese 10.000 von mir? Weil du sagst, ich habe Hälfte, Hälfte von... Ich habe kein Geld von Hamid bekommen. Warte mal. Du hast keine Geld bekommen, weil du nicht gekämpft hast. Aber du hast von Eintritt, von dem hast du das Geld mit Hamid geteilt. Wallahi. Wallahi. Okay, also okay. Leute, Arafat, ihr macht, macht das allererste Mal irgendwas ehrenamtlich. Ey, ey. Ich packe gleich deine Zunge in deinen Arsch, wenn du sagst Arafat. Wallahi. Ich habe eine andere Frage. Ich habe eine andere Frage. Hast du eine Rechnung an Hamid geschickt? Was für eine Rechnung? Dass du die 10.000 bekommen hast. Wie bei Papa Ari, weißt du doch. Rechnung. Schwarz auf Weiß. Hamid und du, habt alles in Schwarz gezahlt. Ich schwöre bei Allah, du hast von mir keinen Cent bekommen. Wie? Keinen Cent von dir? Du hast von mir keinen Cent bekommen. Das war nicht von dir, das war von Hamid, aber gehört euch beide. Nein, Wallahi, nein. Ihr habt alle in der Hand gegeben, oder nicht? Ich habe dir gar nichts gegeben. Ich habe noch nie einen Cent in meiner Hand gehabt. Ja, Hamid, nicht du. Aber wo ist deine Rechnung? Ich dachte, du gibst eine Einkommenssteuererklärung ab. Ich habe Cash gegeben. Ich habe gesagt, so ist besser. Ich weiß nicht. Wallahi. Leg dich nicht in diesem Thema mit mir an. Okay? Warum? So wurde mir gesagt, es ist besser, wenn ich dir Cash gebe. Ich habe gesagt, ja, ist besser auch für mich. Du wolltest das haben so. Du? Was wollte ich? Lass uns leise sein. Wallahi. Sag doch! Wallahi, nicht leise. Sag jetzt! Weißt du was? Weißt du was? Wir gehen jetzt beide raus und lassen uns mal telefonieren. Okay? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bei Cashman. Leute. Ich verstehe nicht. Wallahi. Ich werde angerufen. Ich werde angerufen. Wallahi. Leute. Ich verstehe nicht. Alle die drinnen sind. Ich weiß nicht was ich sagen soll. Nimm Telefonat. Aber ich habe noch nie ein Telefonat aufgenommen, Leute. acağ woher nicht werfen ist. Ich mache nur